Hier viel Spaß beim synchronisieren, ey! Ich freiss nicht, ich schneide das nicht durchsonst! Safe Nein! Doch! Mach-Mmmmmmm! AAAAAA-AAAAAAAH-AHHHHH-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Ha! Es geht ab Freunde, herzlich willkommen zu unseren Division Rivals und Food Champions Rewards. Ich dachte, du übernimmst jetzt. Achso, ich dachte, du wolltest anfangen. Hä? Hä? Was? Das hast du doch gesagt. Was? Du hast gesagt, du fängst an. Achso, jetzt habe ich angefangen. Ja, Leute, wir öffnen heute wieder Rewards, ne? Ist richtig. Division Food Champions Rivals Rewards, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Die öffnen wir. Heute hat Stefan aber leider keine 125 Carpacks am Start, ne? Sondern, was? Muss ja nicht sein. Gucken wir gleich mal. Ja, wir schauen erst mal, was für ein Team of the Week wir haben. Heute eines der krassesten überhaupt mit Jungminson ist wert 500.000. Was? Als ob? Dann Pogba bestimmt 600 K auf jeden Fall. Dann haben wir Lala noch, ist auch 200 K, glaube ich, fast wert. Alexandro ist auch 300 K wert. Boah! Das sieht auf jeden Fall lecker, lecker aus. Wir sind natürlich heute wieder am Livestream, falls ihr das verpasst habt und jetzt das Video schaut, Freunde, checkt das auf jeden Fall ab. Wir sind da meistens Donnerstags am Stream, so gegen Abend rum, 19, 20 Uhr. Deswegen schreibt es euch hinter die Ohren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein zu unseren Division Rivals. Zu meinen Division Rivals Belohnungen, ne? Ich fange mal bei Stefans Account. Wir haben jetzt hier für gar nichts zocken, also ich habe wirklich gar nicht gespielt außer für Champions, 2,50 K und 2,35 K-Sets, die nehmen wir mit, weil hätte ich jetzt wieder die 125 K-Sets geholt, hätte ich, glaube ich, wieder so 10, 15 Spiele auf jeden Fall gewinnen müssen. So, fangen wir auch direkt an mit den 35 K-Sets. Let's go, ja. Okay, ein Walkout wäre schon nice. Jetzt geht wieder Walkout. Walkout wäre nice. Ein Walkout nice. Schade, schade, schade. Aber in Form. Das ist. Vidal. Vidal, ja. 85er. Stabil. Zweites, 35 K-Sets. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Egal, Hoffnung auf Van Dijk is da. Ah, ah, ah. Leber. 83er. Leber, 83er. Egal, Leber mit. Chile Flagge, eh, ne, Tschech. Ja, stimmt, ich dachte, das wäre, das sah aus wie Tschechien Flagge. 50 K-Sets, Freunde. Bruder, was war das denn? So, jetzt kommen die 50 K-Packs, Leute. Da muss ein Walkout mindestens drin sein. Oh, komm schon. Mindestens. Ach, du Scheiße. Ah, die A macht auch, ey. Aber da gibt es doch keinen, oder? Hazard. Witzel. Was? Oja, Chida, Ofundel, Bojje. Ach so, Oja, Chida, Ofu, Evo, Evo. Genau, der. Oh, ein Pepe noch drin. Okay, let's go, machen wir ein Chatpack. Willst du Chatpack machen? Hast du gedrückt? Ja, geht auf. So, Freunde, schreibt mal rein. Schreibt rein, Leute. Was ist in dem Pack drin? Müll. Was? Müll, Poppa? Hullit, kein Walkout. Son. Ja, mein Schukic. Für Champions, Elite 3, das ich überhaupt bis dahin gespielt habe, war dieses Wochenende beziehungsweise letztes Wochenende schon krass, weil ich einen Controller geschrottet habe, nach sehr langer Zeit, ich wirklich gar keine Lust mehr hatte. Ich mache Notizen, die ich dir geschickt habe. War echt herrlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier drei Player Picks. Ich hoffe, es wird sich lohnen, Freunde. Wen willst du am ersten haben? Wer wird dir am ersten passen als roter Spieler? Alexandro oder Pogba. Und das mit Lala? Aber er ist eigentlich Alexandro. Was mit Lala? Ja, wäre auch gut. Aber... Wirst du den ziehen lassen? Ja. Walker ist nicht so teuer. Ich würde den auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber wenn Walker besser ist, kostet er nur 70, 80.000. Das Ding ist halt, Alexandro spiele ich safe. Von daher gehen wir jetzt mit dem Drop. Let's go. Komm schon. Oh, Götze. Oh mein Gott. Ja, da müssen wir safe mit Götze gehen. Guck mal, wir machen das jetzt so. Ich tue den jetzt mal zum Verein, weil vielleicht kriege ich ihn dann nicht mehr. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken, ob jetzt nochmal Götze kommt. Ich weiß es nicht. Das wäre echt eine Theorie. Kannst du ein neues Tutorial machen? Let's go. Komm schon. Ah, da fällt die Auswahl eigentlich auch wieder. Aber kein Götze da. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich gebe dir noch genügend andere, aber es kann gut sein. Schreib mal rein. Was sagt ihr dazu? Gibt es so eine Theorie? So, dann würde ich sagen, nehmen wir Pirin. So, dann nehmen wir auch dazu. Mal gucken, vielleicht jetzt kommt... Oh, ich weiß es nicht. Vielleicht jetzt kommt Alexandro Pogba-Sohn. Komm schon. EA. Gib mir einen vernünftigen Spielenden. Juppe. Mark Forster, Alter. Alles 84er. Kann ich alle nicht gebrauchen. Alle nicht gebrauchen. Aber dafür kein Götze oder Dingsmüger. Vielleicht geht die Theorie ja auch. 100k-Set. Leute, haut alle mal ein Blausersatz und Peckluck-Emoji rein. Okay, easy, Leute. 100k-Set. Oh, ja. Ja! Besten Rewards aller Zeiten, ey. Ronaldo. Das ist ein 83er, ne? Ach, du Scheiße, 100k-Pack, 83er. Schmeckelech, leckerlech. So, Leute. Ich würde sagen, wir hustlen das auch direkt durch. Ich würde es wissen, Leute. Walk-Out ist Pflicht. Walk-Out muss... Aber es kann immer noch genauso viel Scheiße dann kommen. Ja, das kann auch noch Scheiße kommen. Komm schon, gib mir Brasilien. Noch rechts. Ribéry. Bleib mal ruhig, Junge. Was ist denn los mit dir? Ich darf Popo, Alter. Ich habe gar nicht mit Ribéry gerechnet. Oder ey, es hätte auch Lala sein können. Aber der ist auch wieder nichts wert. Alle Franzosen. Vielleicht kann ja auch Lala noch drin sein. 286er. Theorie ist möglich. Vielleicht ist auch Son noch drin. Kann auch sein. Son und Lala drin. Komm schon, gib mir Son und Lala. 30, 35 oder sowas. So, Leute. Jetzt kommen wir zu meinen Rewards. Erstmal natürlich Division Rivals. Was ist das denn? Ich habe 6 Megapacks. Das macht da gar keinen Sinn. Was hast du denn da? Du hast richtig reingeschissen, ne? Wenn da kein Walk-Out kommt... Oh! Guck, nicht so behindert. Let's go. Puppa! Lurie. Scheiße. 88. Was machst du da? Münzen 3000. In einem untauschbaren Set. Kann ich die eigentlich dann behalten? Oder wie läuft das denn? Ich bin auch untauschbar. So, Leute. Jetzt Jetpack auf euren Nacken. Lasst doch mal los jetzt. Was machst du? Sachse. Walk-Out. Sachse. Walk-Out. Nein. Walk-Out. Als Null, Alter. Walk-Out. Zurück dich doch mal. Walk-Out. Ronaldo. Ronaldo. Son. Oh mein Gott. Son. Oh mein Gott. Son. Oh mein Gott. Ronaldo. Erneut. Kein Walk-Out. Ganz trocken. Deine Mutter. Jonas. 84. Jawoll. Ja, dass wir beide Bilder gucken. Ja, eins, zwei, drei. Guckst du Bild an wahrscheinlich. Das sind so viele scheiß Packs, ey. So, jetzt kommen wir zu den Foot Champions Belohnungen, Leute. Jetzt kommen wir zu den Player Picks. Ich will jetzt wenigstens einen guten Player Pick haben. In den E-Di-Zwei-Bewords. Okay, also, was wäre gut? Lala, Alexandro, Pogba und Son. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Alexandro. Komm, Schaak. Ja, Bruder. 10,84 Jahre, aber alles Schwanz. Das ist doch scheiße. Wen willst du nehmen? Na, Götze. Wen soll ich nehmen? Na, Grimaldo sieht auch nicht verkehrt aus. Komm, einen Check-Back mach ich hier auf jeden Fall. Mach den aber zum Verein. So, einen Check-Back mach ich hier, Leute. Schreibt rein, was wir gezogen haben hier. Pogba, Pogba. Ach, und Grimaldo. Wen ist das denn jetzt? Alfonso. Ach, du Scheiße. Aber wieder kam kein Götze, ne? Aber dafür die andere wieder eben. Ja, ja, nein. Lieber Grimaldo. Ja. So, komm, jetzt einfach auf trocken hol ich einen Poppa jetzt. Auf trocken? Ja. Oder auf nass? Wo geht es da? Komm! Ja! Ja! Junge! Uh! Junge! Der ist der, Alter! Mann, ey! Bam! Alexander! Endlich! Isa! Huh! Let's go! Den kann ich super bewenden, ey! Liga, das ist so Angst, du hast echt mega geil. Der ist perfekt, Leute, Mann. Der ist perfekt. Du hast ja jetzt den Normalen gehabt, ne? Ja, Mann. So, dann hast du jetzt einen Upgrade und kriegst nochmal Münzen. Plus zwei mehr, ey. Nice roll! Geil, ey! Du hast meinen Außenverzeiger, du! Das sieht geil aus. Das ist echt cool. Das ist nur in der Mitte im Bockwein. Netz kann er zu 100k-pack. Walkout! Komm! Walkout! Walkout! Ja, Mann! Anzie, Bruder! Netz, Bruder! Das kann doch scheiße, Mann. Nein, der ist seltener als Ronaldo, Alter. 88 hat der. Ey! Aber geht fit, Mann. Das ist auch was wert. Der wird auch seine 40.000. Meinst du? Wegen S-Ziel, oder was? 40k, easy. Ich sag, jetzt hier kommt kein Walkout, eine Ansage. Und wenn doch einer kommt, was kriege ich dann? Warum machst du das jetzt so doof, Alter? Ich hab doch gar nichts gewettet, Alter. Du wolltest doch einfach mit mir wetten. Nein, wollte ich nicht. Song. But not the real song. Alphonse Song. Ja! Wette gewonnen! Fuffi auf Stephans Nacken, Alter. Kein Walkout. Let's go! Walkba! Ribéry! Ah, ein 80er. Briegel. Fuffi, wenn du den Namen aussprichst. Briegel. Ja, ungefähr so wahrscheinlich. Ja. Und den Gay Lee haben wir noch gezogen. Dazu, zu Dings, kannst du jetzt hier noch ein Set aufmachen. Du bist ein bisschen bescheuert, Alter. Warum machst du auf? Und dann Walkout kommt, Fuffi, auf deinen Nacken nochmal. Oh, komm schon! Stell auf, weil da kommt jetzt was krasses. Du willst mit Eiern küssen, ich hab's oft. Ah, aber immerhin. 86er hier drin. Was denn? Du hast mir jetzt voll Hoffnung gemacht, Alter. Aber wenn ein Walkout kommt, öffnen wir weiter. Wenn nicht, ist vorbei. Ist vorbei. Ganz einfach, so geht das. Wenn Maimoulin oder Van Dijk kommt oder, äh, äh, Fabinho, dann... Okay, Alter. Kimmich. 300 KW. Was? Also? Ja. Bringt SBC. Sag's nochmal oder nicht? Äh, schnell, äh, schnell. Äh, schnell. Die Lens ist pack. Ich bitte keinen Walkout, ich will nicht weiterziehen. Ey, Mann, Alter, warum kommt denn Walkout? In Form. Wow! Wie? Warte, warte. So, alles! Auriah, Alter. Oh mein Gott. Ich denke, ich dachte gerade, was ist das denn für eine Karte? Auriah, ey. Auriah? Was denn? Da ist das so. Oder Auriah. Weil ich nicht wusste, dass diese Karten noch drin sind. Ey, da gibt's nur heftige, ne? Und ich zieh den schlechtesten. Der und Pullisiv sind die schlechtesten. Aber der ist doch auch noch 100k easy. Meinst du? Der ist safe, 150k. Na ja, 100. Aber 100k, dann kommt man mit. Sollen wir die Beine jetzt noch öffnen oder nicht, Alter? Die lächeln mich gerade so an. Oder sagst du nicht? Also, ich sag dir ja nicht nein, ne? Let's go. Walkout! Ja! Die bringt ja auch nochmal. Und jetzt das nächste. Let's go! Walkout! Ey, halt die Fresse. Ramas! Du Bastard! Shakira, die Schla... Oh, hier. Wenn jetzt wieder Walkout kommen, sind das die besten 50k-Packs ever! Was? Bruder! Eiken! Ah, schwierig. In vom. In vom. In vom. In vom. Bester Grimaldo. Oh mein Gott. Ey, die 50k-Sets waren aber richtig krass. Also, hast du dich auch überstwitchen oder was? Junge, Junge, was war denn da drin, Alter? Aber da kann noch was drin sein. Ein Cristiano Ronaldo! Nice Set, Mann. So, Freunde! Das war's jetzt von unserem Video hier mit den ganzen Rewards von der Nähe von mir. Erne hat sich den Alexandro gegönnt. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Spieler. Kann er gebrauchen. Und nochmal ein Upgrade zu seinem. Hat jetzt hier ein geiles Außenverteidiger in Rot-Duo. Und ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Natürlich gibt es heute Abend einen Livestream von Food Champions. Kommt rein. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin auf jeden Fall noch am Ende halbwegs zufrieden mit den Packs. Vor allem mit Alexandro. Ich hätte mir den Son oder Pogba am ehesten gewünscht. Aber Alexandro nimmt man gerne mit. Haben wir auf jeden Fall einen Spieler eingekassiert, wie auch jede Woche zum Glück. Immer ist einer dabei bei uns beiden. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir verabschieden uns, Leute. Macht's gut. Haut rein. Und ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.